Was zum Teufel hast du getragen? Oh mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Hallo Morgan. Harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet. Du hast die Typhon erlebt. Sobald der Test beginnt, gibt es kein Zurück mehr. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur neun Sekunden. Achtung! Dies ist ein stationsweiter Notfall. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, ist alles aus. Die Tests. Sie haben dich verändert. Tut mir leid. Es geht keinen anderen Weg. Alles vernichten. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020